Ja, wir spielen Call-in-Shots, Peter Flo, Tino für Lukas, ich schlag für den Kerem, Kerem für Tino, Tino für Lukas, Lukas für dich. Ja, Kerem, Buttercup über die Hip. Der Tino macht jetzt einen Kickless-Drop. Ja, nee, was ist jetzt? Ja, nee, ist das ja oder nee? Der da macht jetzt einen Board-Slide-Whip-out-on-the-Rail. Der Flo macht einen, Whip-to-tuck-no-Hand über die Hip. Flo Schneider! Dreier über das Rooftop ins Flat. Nee, über den Zaun. Natürlich ins Flat. Also, der Tino macht jetzt einen Down-Rail-Board-Slide-to-Back-Clip. Der macht einfach da so Down-Rail, da hinten, weißt. Muss ich immer Trail-Tricks machen oder was, Alter? Muss ich jetzt immer Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail. Der Flo macht jetzt das. Der macht einen Quad-Whip über die Hip hier. Und, ähm, ja. Wir machen hier ein Quad-Whip über die Hip. Locker-Easy-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail. Das geht so über den Rooftop ins Flat, glaub ich. Tino! Also der Lukas, der macht jetzt in der Mini ein Front-Set-Fible-To-70-Bar-In. Schau mal den Typen an, der ist End-Yolo. Ähm, der Flo macht einen Fible-To-Tuck-No-Händer-In da hinten an der Körper. Und dann halt so in die Bank-Tuck-No-Händer-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail-Rail. Mein Sohn macht einen Back-Flip. Also der Aspec macht jetzt einen Front-Side-Fible-Key-Whip-In. Volles Vertrauen von mir. Der Flo macht einen Whip-Kick bis über die Hip. Der Karin macht Oppo 180 Back-Clip-In in der Mini-Rampe drin. Yeah! Der Tino macht einen Buttercup über diese Scheißrächer. Also der Arzt-Pack, der macht jetzt einen Finger-Whip da rein. Der Flo macht jetzt den Kick-List, das ist der Set. Okay, das war unser Call-in-The-Shots. Vielen Dank an unseren Filmer, Lukas Faltenbacher. Lasst ein Like auf seinem YouTube-Channel da und abonniert ihn. Und ja, wir sehen uns nächstes Mal. Peace, Mama. Und gebt euch alle das Sandmännchen.